Meine Damen und Herren, willkommen in der Arena des Todes. Ich kämpfe gerade gegen den Rammer. Wenn ihr wisst, was ihr meint. Ah ja, Ram mich. Ich muss mich überlegen, wie ich den am besten hinrichten werde. Könnt ihr mal gucken, ob ich damit abdenken kann. Nein, er lässt sich euch nicht beirren. Jeronimo! Oh! Schließen wir mal auf, hier Crane! Okay, das ist... Ich muss mal weg hier. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ah, doch, so geht das. Okay, der Rammer hat definitiv... Äh, hoch, 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 hoch. Ich lasse versuchen wir gleich nochmal. Äh, das ist ein Steinchenwerfer. Also ein Schubser quasi. Na komm, komm, komm. So. Okay, schubsen kann man auch nicht, ist auch scheiße. Hallo? 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 Kommst du? Na komm. Komm, komm. Oh, er wirft es also genau in meine Richtung. Ich muss das wahrscheinlich... Ich muss das wahrscheinlich... Äh... Könntest du ja in die Richtung hier rennen. Komm. Putt, 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 putt. Hier, guck mal, da. Okay, guckt es sich doch an, wenn ich mich gesehen haben sollte zumindest. Jetzt kann ich mich hier ein bisschen umgucken, ob ich irgendwie noch was finde. Hier zum Beispiel. Tarnung ist schon mal ganz gut. Oh. Oh. Ja. Kann ich mich Sachen finden um mich... Ja. Hm. Oh ja, das hat funktioniert. Zumindest hat er so eins ab den Hasen bekommen. Oh ja, Hitpoints sind auch abgegangen. Sehr, sehr gut. Okay, also wir suchen jetzt noch ein paar von den wunderbaren Explosionsdingern. Was mich gerade getarnt. Das ist schon mal sehr nice. Hm. Aber er sieht mich. Das hilft für mich so viel. Da nehme ich noch irgendwo... Stock. Kram. Die Musik ist eher geil. Also ich muss sagen, das ist etwas, was ich hätte mich öfter machen können. Hallo. Oh, oh. Ruht's weg. Haha. So, das ist geil. Hören wir mal mit. Schwerer Stabs... Stabsgedöns. Aber ich finde hier leider nichts mehr, dass du irgendwie interpretiert. Ne, ne, ne. Ah, nee. Hup. 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 Das passt. Ah. Hup. Ja, ja. Alles gut. Alles auch gut. Oh, hier. Da haben wir noch ein paar Sachen. Wurf da. Hup, 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 hup. Oh, kam der auf einmal her. Wirf's mir echt weit. Ja. Er war ein Weitwurfexperte oder irgend sowas. Bevor... Was denn sonst was würde. Hier ist nochmal ein Zepröckelter. Oh, der macht aber ganz schön Schaden hier. 212. Ah, komm. Nagelbrett, was sehe ich damit? Kann man das irgendwie abwerfen hier? Ja, das ist gut. Sehr gut. Aber ich sehe hier wirklich keine Expressivgefäße mehr. Ach, da ist eins. Das hab ich gesucht hier. Das hat hoffentlich auch weh. Oh, äh, wieso... Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ah, komm. Verbruchten. Das hab ich natürlich nicht... Ach, da ist noch ein kleiner hereinkommt irgendwann. Aber... Der könnte mir eventuell helfen. Nee, kann er nicht. Doch. Ja, er brucht immer noch mit Steinen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Oh, hier bin ich. Komm, 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 ein braves Rauzi, jetzt renn mich schon an, ich scharge dich mal, verdammte Axt, das ist nicht so einfach, sagt sich so einfach, was ist das denn hier, also als Waffen, ich will keine Waffen, pflixt nochmal, was macht so ein bisschen kreis, besserchen, ja komm, komm, ich scharge da nicht mehr, ich glaube, da hast du schon das Weinen so ein bisschen kaputt, abort, und das Gehirn, hm, das bringt auch nichts hier, ok, dann lauf ich halt mal durch die Mitte, jetzt ist aber echt nichts hier, na, endlich, ja, jetzt bin ich platt, aber jetzt kann ich mal in Ruhe gucken, äh, Scheibenkleister, ok, Rama können sie angreifen, schwere Objekte auf sie werfen, weichen sie häufig aus, können angreifen, ja, das weiß ich, das habe ich kennengelernt gerade eben, weiß mich schon mal oben, ah, ja, wenigstens schon auch leicht angekratzt, das ist schon mal ganz gut, komm, alles klar, jetzt können wir nochmal, warum wir so ein Ding hier irgendwo hatten, äh, Bodenplanke, irgendwas, ja, das ist immer sehr lustig, wie schnell er mich dann doch sieht, oh Gott, hello, tschüss, hm, nein, Ah, fuck, wo ist der schon wieder gewesen, Mann? Ich hab die nicht mal gesehen. Geil, Böller, zum Beispiel. Gucken, ob wir die halt irgendwie... Nee. Nee, also ich glaub so, ich muss wirklich gucken, dass ich den irgendwie... Genau. Stunt bekomme. Aus geht's, er kriegt Schaden. Come on. Come on. Come on. Sehr gut, Mann drauf. 5, 6. Ja, jetzt hab ich noch ein paar Zusätze bekommen gerade. Einer kommt noch gerade hinter mir her. Kommt, kommt, kommt. Sehr schön. Kommt. Ran. 3, 4, 5, 6. Neue Kraftstufe. Direkt verteilen, bitte. Sorry, ich hab das vorher nämlich nicht gemacht. Und jetzt wär's wirklich gut, wie ich das machen würde. Außerdem, ähm... Das wollen wir dann hier alles hier haben. Fokus. Fertigkeit Waffendiebhaber. Wenn die denselben gegeben hätten, hätten sie dann Schadensboost. Ja, 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 ja. Schadensboost-Gebär. So, dann haben wir noch Fertigkeiten. Überleben. Also haben wir hier Handkantenschlag oder was? Flinke Hände. Reparaturkünstler. Das Durchsuchen von Leichen mitnimmt weniger Zeitanspruch. Ist auch sehr, sehr cool. Und wir haben hier noch Elektra Salsa. Lernen Sie. Nein, das, das da. Definitiv das da. So, passt. Wer geht's? Uh, fuck. Da kommt ja noch was. Ganz was hier sogar. Der Gebrauch. Ja. Oh, mit dem Summersault. Komm an. So wird's auch um ihn. Sehr schön. Die sind infiziert und werden bald Anfälle erleiden, die ihre Ausdauer schadet. Geil. Das war recht unterhaltsam. Geil, infiziert. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Aber mach das Beste draus. Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht um dich sorgen, Crane. Ja, die Fresse, Mann. Guck mal, Mad Kid. Ah, einer muss ja leiden. Also ein bisschen wie ein Far Cry momentan, muss ich sagen. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Ach, scheiße. Ach, überrascht? Sink die Plattform. Was ist jetzt der Entgegnung? Du traust dich gegen mich zu treten? Gegen mich. D-A-R. D-A-R. Cré. Komm, Schnucki. Komm, mein Großer. Zeig mir deine Weg mit der Waffe. Low Carb Diät. Chaos Crane. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Ach, guck einmal. Etwas anderes zu behaupten ist Po Retoite. Er hat sogar ein Bauchnabel. Darf ich das demonstrieren? Basam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der DRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Was ja... Sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Aber wo er rechnet? Das wär's. Erledigt ihn. Hey. Yeah. Yeah. Wenn ich das auch wirklich könnte mit Slow-Mo. Oh, geil. Oh, da fehlt ne Hand. Gib mir die Hand. Ich baue dir ein Schloss aus Blut. Das tut gut. Das tut gut. Das tut gut. Das tut's. Äh. Ich bring sie hier raus. Äh. Äh. Er hat ein Messer in der Brust. Ich bring sie raus. Das alles nicht verdient. Du da. Her mit der Fackel. Crane! Alter, du bist echt arm dran, Mann. Pfff. Alter, kann ich vielleicht mal... Noch wiedersehen, Doktor. Oh, oh, oh. Jetzt gibt's doch mal Gas hier. Jetzt muss ich rennen, richtig? Jetzt muss ich rennen. Das ist die Rennsequenz. Da bist du ja. Ja, da bist du ja. Dann renne ich... Lauf. Parkoure heißt das in dem Fall wohl eher. Du musst ja nicht langen. Ach, da hin. Moment, äh. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, Mann. Jetzt hängt er noch mal fest. Okay, irgendwie da hoch. Ah ja, okay, ich seh schon. Ja, hoch. 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 Äh, jetzt komm ich nicht hoch. Aua, aua. Ich war doch gerade fast oben an. Ich kann's nicht. Ich bin tot. Okay, also ich muss nach links rüber parkouren, nach oben, darüber, hoch. Ja, nicht so labern. Ich möchte weiter. Komm. Das ist echt schwer jetzt. Das ist so dieses Endding. Rennen Sie und überleben Sie. Also nach links dann gleich. Links, 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 links. Hoch da. Hoch. 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 Rüber. Nein, du es nicht. Vorher komm ich nämlich raus. Scheiße. Das war knapp. Nee. Du musst mal nachdenken. Gar nichts mehr, ne? Ich muss noch da. Fuck. Fuck. Lock, 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 lock. Scheiße, häng fest. Äh, ich will dich festhalten. Nein! Wieder raus. Oh, fuck. Mist. Ist mir gut runter. Go, 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 go. Ich hab was gemacht. Oh, fuck. Alter, beweg dich. Das ist aber auch gar nichts hier, ne? Komm an. Verflucht. Komm an. Rein, da, rein, da, rein, da runter. Alter. Ich hab eigentlich keine Hitcoins mehr. Nix. Ja, suchen sie nach pflegenen Gegenständen, die sie irgendwie heilen. Ja. Hier müssen eigentlich jede Menge sein. Auch so Waffen und so. Hat dem All schon aufgeräumt, richtig? Alter. Ja, vor allem ich bin ja eh infiziert. Also mir kann nicht mehr viel passieren. Soll ich nicht eigentlich hoch? Okay. Schienen sie aus Reis' Schützpunkt. Ach hier, Treppe. Ja, das ist ein Reflex. Also man möchte eigentlich hoch. Hier ist es, glaube ich, ganz gut. Baustelle verlassen. Yay! Boah, Alter, was ein Gezappel. Ich konnte aus der Arena entkommen und war auf dem schnellsten Weg zurück zu Bracken. Ja. Doch Sarah, Sarah ist tot. Ja, Sarah ist tot. Sarah ist tot. Schacke, es wird immer schlimmer. Ich werde zum Zombie. Oh, Slow Mo. Und dann dieses Licht am Ende des Tunnels. Ich muss unbedingt noch mal den nächsten Mal gucken, ob wir das vorspielen können. Guck ich jetzt wenigstens Waffen oder so. Oh ja, ein Brett. Was macht der denn Scheiß eigentlich? Ich kann nicht mal mehr rennen. Muss ich mich jetzt im Schneckentempo durch die Gegend hier schlagen oder was? Mit einer Stange, die drei Schaden macht. Wahrscheinlich sind überall keine Zahldochs. Ach, was ist da? Laufen sie zum Turm. Ich versuch's gerade, aber irgendwie... Ich verbrenne! Ich glaub, das wird nix mehr. Wird der Held am Schluss noch seine Medizin bekommen, um lebendisch zurückzukommen? Oder wird er umfallen? Ich glaub, das ist... Was ist das so gesagt? Hab ich's irgendwie geschafft, ne? Alter! Ich würd mich gern bewegen. Wovon hab ich die ganzen Punkte vorhin ausgegeben? Die ganzen Stunden, die ich ins Spiel gesteckt habe. Nimm's mal alle weg. Schweine. Gemeine. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier... Ja. Mit meinen... Oh, ich bin zu wenigstens bei 150 Hid-Polz wieder angekommen. Ja, das ist, äh... Auch nicht sehr erförderlich, wenn du mitten auf dem Weg, wo ich stehe auf der Mauer... ...rum stehst. Oh, dass ich immer auch mehr bewegen kommst. Eier, 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 Salat. Das ist ein Safehaus. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut hier. Scheiße! Tut das weh! Sarah... Sarah ist tot. Ich werd's nicht schaffen. Ja. Halten Sie... Überspringen der Tasse gedrückt. Okay, mich hat irgendjemand rausgeholt. Also, das ist nachts. Nein. Wo bin ich? Ich musste dich am Pier verstecken. Raismänner suchen nach dir. Die Bastarde sind auf dem Kriegspfad. Was ist passiert? Ich muss mit Jade sprechen. Sarah hat ihr seine Unterlagen gegeben. Sie brachte sie zu Kenton. Wollte sie wenigstens. Laut Kenton haben Raismänner sein Labor gefunden. Also hat der Beißer reingelassen und sich in der Mitte verschanzt. Jetzt sitzt er fest. Dann brach die Verbindung ab. Wir können ihn nicht mehr erreichen. Ich gehe nach. Wie kommt sie rein? Ich steig er nach. Es gibt eine Gruppe von Schleusern. Sie nennen sich die Retter. Du findest sie im Kessel in Nikos Bar. Sie ist in der Nähe des Highways. Der Kontaktmann heißt Check. Hast du genug Kuriere für die GRE-Pakete? Die Abwürfe haben vor 36 Stunden aufgegriffen. Gehört. Endgültig. Und so läuft die Zeit davon, Crane. Mist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber ich werde es versuchen. Weißt du, die meisten würden sich in so einer Situation verkriechen. Respekt, Crane. Und viel Glück. Ich bin infiziert. Ich habe keine Ausrüstung mehr. Kriege ich meine Ausrüstung jetzt wieder? Ich habe keine Kohle mehr. Ich habe keine Kohl mehr. Crane, hier deine Ausrüstung. Mit besten Grüßen von Karim. Danke ihm von mir. Alles wieder da? Ich meine so alles, alles? Pause. Ich muss mich erstmal ausrüsten. Verkauf ein bisschen was. Und dann werde ich mich so ausrüsten. Ich werde noch die Gegend laufen wie Lucky Luke zu den besten Zeiten. Ja. Ich sei. Ich werde noch nieured. Ich geh gebe dir Feedback. Von der Joe kommt. Vielen Dank.